servus freunde ich bin das onkel bogey heute mal nicht mit der herkömmlichen ansage und das video ist auch vor allem an meine darkest dungeon zuschauer gerichtet ihr habt vielleicht mitbekommen also lasst euch mal nicht täuschen jetzt das hintergrundbild auch wenn es super aussieht man würde wahrscheinlich erwarten cool darkest dungeon 8 kommt jetzt gerade nein ich muss euch enttäuschen aber es gibt was gutes und was schlechtes also zum einen ja ihr werdet wieder folgen bekommen das ist schon mal die gute nachricht die schlechte nachricht ist wenn ihr folge fünf sechs und sieben oder was nur in der sechs und sieben ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht gab es das problem dass mir das spiel nach der gewonnenen mission abgestürzt ist ja hat zur folge gehabt die charaktere haben ihren stress behalten die questbelohnung im nächsten quest war identisch gewesen es hat sich nicht geändert die charaktere haben nicht diese ja diese pro kontrafähigkeit bekommen diese für den stufenaufstieg bekommen sehr mal zufall was man da bekommt die sind nicht aufgestiegen und haben noch ihren wie gesagt stress haben sie behalten und haben auch keinen stress geheilt wenn man sie nach ins sanatorium in die taverne oder ja ins kloster hochgeschickt hat das problem ist jetzt natürlich ich würde ja gerne weitermachen weil wenn man sich hier das schöne hintergrundbild anschaut die kutsche so rum gucken sieht super aus oder mein dank an martin erstmal auch vielen dank an euch zuschauer dass ihr euch überhaupt die folgen immer anschaut auch schön darunter schreibt dass ihr charaktere benahmt haben wollt und ich finde es super dass ich euch damit einbeziehen kann das macht mir großen spaß es scheint euch spaß zu machen und das ist ja die hauptsache soll ja unterhaltsam sein und ich würde es gern weitermachen jetzt habe ich halt das problem okay das spiel stürzt ab was macht man als erstes man geht hin in steam klickt auf beschädigte systemdateien oder beschädigte dateien des spiels reparieren habe ich geklickt was sagt mir steam es liegen keine fehler vor was mache ich ich gehe rein aufnahme 8 aufgenommen die ist auch auf meiner platte also ich könnte die euch zeigen aufnahme 8 aber ich finde es langweilig weil wir spielen schon weiter voraus obwohl wir keinen einfluss drauf nehmen können weil das spiel beendet sich wieder und es ist nichts gewonnen dabei ja und jetzt würde ich persönlich gerne hingehen und das irgendwie lösen also habe ich versucht das spiel zu deinstallieren und neu installiert was ist passiert okay safe game war sogar da gewesen ein spiel gestartet durch den dungeon schnell durchgehetzt ist es dann wenn ich es alleine ohne euch zuschauer mache ist das vielleicht eine sache von 15 20 minuten und was ist passiert darkest exe wurde beendet ja ärgerlich hatte ich noch nie gehabt jetzt ist es ja so wie ihr gesehen habt dass ich das spiel leicht modifiziert habe ich habe ja diesen vampire reingenommen die succubus ist drin die musketierin ist drin diese erweiterte gebäudebauart im dorf ist aktiviert also ich habe diverse mods mit dran ja die aus dem market also aus diesem workshop bereich von steam stammen kann ja sein dass die nicht mit dieser neuen version von darkest dungeon 100 prozent funktionieren weil ehrlich gesagt ich weiß nicht woran es liegt wenn ich jetzt habe dann noch mal ein neues save game gestartet also das heißt neues game ich habe ein neues level gestartet hat die gleichen addons drin abgespielt und die mission erfolgreich zu ende gebracht dann dachte ich okay komm ich probiere jetzt noch mal meinen save game des bogies bogies anwesen ne nada nix war gewesen gleiche scheiß schon wieder also was bleibt denn jetzt übrig ich will natürlich dass wir weitermachen ich könnte jetzt hingehen und könnte sagen okay also ganz kurz aber auch weil ich war ich weiß ich springe immer zu schnell in den themen hin und her ich habe zwei hauptspiele ich spiele ja stranded deep und darkest dungeon und wenn ich bei darkest dungeon als die beiden hauptspiele wollte ich immer so drei folgen pro woche rausbringen die wechseln sich immer ab dann montag mittwoch freitag stranded deep dienstag donnerstag samstag dann darkest dungeon plus halt die beiden angezockt rein und ist ja schon trotzdem zeitaufwendig ich mache das ja ich mache das als hobby nebenbei ich bin vollzeit berufstätig also ich habe einen normalen acht acht stunden job komme nach hause muss noch einen haushalt machen bin noch an diversen anderen projekten also sind jetzt keine youtube projekte sondern hier halt bei mir zu hause mit beschäftigt und es ist einfach ich widme meine meine freizeit für die den spielen und euch natürlich macht ja auch einen gewissen aufwand ist aufzunehmen aber nicht falsch verstehen ich mache das wirklich gerne mich freut es wenn ich wieder sehe es gab likes es gab neue abonnementen abonnenten sind dazu gekommen alles super jetzt haben wir halt die die qual der wahl ich könnte einfach mich hinsetzen und sag mal wir waren ja bei folge acht das sind ungefähr ja selbst wenn ich das jetzt ohne aufnahme mache weil wieder aufzunehmen wäre das gleiche wieder für euch ja auch langweilig und wenn ich jetzt noch mal diese acht folgen schnell durchratter kann weil ein problem mit neuen safe game also mit einer neuen spielstand zuerstellt wird die spieler sind nicht mehr da ist kutscher netzwerk ich habe keinen einfluss darauf auch die gegenstände die wir gefunden haben klar es hat einer drunter geschrieben er wäre gerne der waffenmeister einer wäre gerne der kreuzfahrer diana wäre gerne die hexe und kann ja sein dass wir keine dann im kutscher netzwerk finden dann habe ich da keinen einfluss drauf aber gerne benahme ich dann diese neuen charaktere auch nach euch und hören natürlich auf eure auf eure wünsche ich könnte das ganze auch im zeitraffer aufnehmen und mache eine 30 minuten folge wie ich dadurch diese dungeons fliege aber damit ist euch ja nicht nicht geholfen nochmal alles aufzunehmen finde ich persönlich auch käse jetzt habe ich überlegt jetzt könnte ich hingehen und könnte auf twitch also ich bin auf twitch noch nie gewesen ich müsste mich da jetzt mal registrieren und mal schauen wie das so funktioniert ich könnte einen einen stream starten wo ich dann mal drei stunden vielleicht spiele und dann ungefähr an der stelle bin wo wir aufgehört haben und ab dieser stelle könnte ich wieder videos machen weiß nicht ob das für euch interessant ist auch dann diesen twitch stream anzuschauen weil drei stunden dages dungeon bei mir ist es ja live ist ja nicht dass das ihr reinschaltet und nachher zu ende schaut oder geht es bei twitch ich bin auch da ehrlich gesagt überfragt ich wollte nur dass ihr bescheid wisst also nicht enttäuscht sein die nächsten tage wir haben jetzt ja heute montag wir haben donnerstag freitag samstag sonntag montag ist fastnacht und ich muss zugeben ich bin ein freund der fastnacht und verfeier die auch gerne und werde wenig zeit haben videos zu machen deswegen ist meine meine bitte an euch dass ihr verständnis habt das dark ist dungeon mal eine woche vielleicht pausiert muss auch dazu schauen wann ich dazu komme diese twitch aufnahme zu machen und ja deswegen hoffe ich trotzdem dass ihr noch einschaltet danach weil ab den abstürzen ist noch die einschaltquoten runtergegangen also nicht dass ich jetzt da die abstürze extra provoziert hätte das kotzt mich sogar ziemlich an dass es im spiel so ist weil wenn man echten guten guten run hatte und auch coole gegenstände gefunden hat und das spiel dann abstürzt ja klasse ja es ist nicht nichts mit geholfen da habe ich keinen spaß dran da habt ihr dann keinen spaß dran und von daher hätte es noch die option gegeben vielleicht dark ist dann schon mit dem neuen addon also neu in anführungsstrichen mit diesem gutshof also der die die scheune der hof und die kristall monster die kristallinen gegner würde mich auch sehr interessieren aber es hat ein blaues design und noch mal hier ihr seht die kutsche der kutsche der kutscher und nebendran da bin ich auch der bogey im fenster ja und das soll natürlich nicht umsonst gewesen sein also von daher mache ich jetzt auch mal einen link noch mal unten drunter von vom künstler martin wo ich wirklich sagt danke dass du mich unterstützt hier bei diesem bei dem video vorhaben und auch vielen dank bei der gelegenheit an euch als zuschauer jetzt 79 abonnenten nach zweieinhalb oder drei wochen hätte eigentlich gedacht es ist nicht nicht viel aber wenn ich jetzt in youtube forum gelesen habe dass teilweise leute wirklich viele videos hochladen und nach einer längeren zeit weniger abonnenten haben finde ich jetzt echt schade weil ich glaube es gibt so viele leute die guten content liefern aber einfach nicht gesehen werden einfach weil das youtube ranking sie nicht anzeigt oder so es ist auch schwierig für mich eine breite masse zu erreichen aber ich hoffe natürlich dass sich trotzdem das ganze weiter verbreitet und ihr braucht doch nicht irgendwie zu denken der bogey macht damit voll geld oder so kein einzigen kein einzigen cent wollte schon sagen kein einzigen euro nicht mal einen cent weil solange youtube mir da keinen werbevertrag oder irgendwas vorlegt passiert da sowieso nichts ja ich habe momentan ich habe die kosten musste mir auch ganze equipment kaufen und alles aber ich mache das gerne einfach weil ich spaß daran habe euch zu unterhalten und das ist das wichtige dabei und es wird noch so viel anstehen ich werde noch demnächst einen plan veröffentlichen wann an welchen tagen wenn die aufnahmen erfolgen aber ich sage mal die zuschauer haben das schon grob so gemerkt ja das seit immer im wechsel von zwei tagen bzw zweimal die woche noch die angezockt reihe kommt und vielleicht auch mal so ein bogey and friends oder auch ein bogey talk wo einfach mal ein bisschen gequatscht wird auch mal vielleicht irgendwie auf einer gemütlichen couch mit mit anderen spielern mal über andere spiele austauschen oder das könnte ich mir alles vorstellen insofern euch das interessiert ich war wenn ich dann die videos hochlade und es gefällt euch nicht dann ist es auch ein zeichen an mich das auch in ordnung dann ja weil man kann ja nicht alles mögen aber erstmal toi 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 vielen dank dass ihr immer dabei seid und dieses video ist jetzt nicht dafür gedacht likes zu sammeln oder sowas oder großartig einschaltquote zu bekommen sondern es richtet sich vor allem an die darkest dungeon zuschauer aus meiner aus meiner serie und wenn ich den twitch kanal starte und das darkest dungeon beginne bis zu diesem punkt zu spielen ich kann euch auch nicht versprechen dass ich danach auch immer dann auf twitch sein werde nein mein primäres ziel ist youtube ich finde es einfach schön einfach auch mal spät abends zum beispiel eine aufnahme zu machen die hochladen zu können und zeitgesteuert die aufnahme zu veröffentlichen es nimmt mir ein bisschen den stress und ihr habt dann zu festeren tagen habt ihr dann auch die veröffentlichung der videos wenn ich jetzt switch machen würde einmal die woche oder so ich kann nicht versprechen dass ich auch wirklich an dem tag dann auch zeit habe einfach aufgrund von persönlichen verpflichtungen und von daher lende ich mich noch mal ganz kurz zum ende dieses videos aus damit man auch noch mal das volle schöne bild genießen kann man beachte das skelett das sich unter dem kutscherrad befindet und der blumentopf der vorbeifällt wahrscheinlich ist mein gesichtsausdruck auch gar nicht so sehr darauf geschuldet dass das glätt da überfahren wird sondern eher dass meine lieblings pflanze vom dach der kutsche runter gefallen ist also hier bin ich noch mal also von daher trotzdem auch hier vielen dank fürs einschalten ich werde jetzt hier keine weiteren playlisten verlinken oder den abonnieren button wenn ihr mich natürlich trotzdem abonnieren wollt und liken klar gerne jederzeit ich freue mich immer über jede nachricht die ich da bekomme und von daher wünsche ich euch noch eine schöne woche eine schöne fastnachtszeit insofern ihr fastnacht begeistert oder je nachdem wo ihr in deutschland wohnt vielleicht karneval begeistert zeit und ja mal schauen elf minuten ich wollte eigentlich nur eine drei minuten ansage machen aber danke fürs einschalten und ich hoffe auf euer verständnis der link zu twitch wird folgen aber auch sein dass es recht kurzfristig ist aber ich sag mal im notfall wirklich viel verpasst hat man nicht weil gerade ihr als zuschauer habt sowieso die meisten sachen schon gesehen die in den ersten videos erfolgt sind von daher wünsche ich euch noch eine schöne zeit macht's gut euer onkel bogey ciao falscher knopf